Jo meine Leute, herzlich willkommen zum vierten Spieltag der dritten Fußballliga-Saison 20-23-24 Predictions. Los geht's, alle Spiele live auf Magentasport. Heute um 19 Uhr, MSV Duisburg unterliegt SSV Ulm 1 zu 6. Dann morgen um 14 Uhr, FC Ingolstadt gewinnt 5 zu 4 gegen 1. FC Saarbrücken. VfB Lübeck unterliegt Erzgebirge Aue 1 zu 2. Borussia Dortmund 2 gewinnt gegen Dynamo Dresden 3 zu 1. Spielvereinigung Unterachringen unterliegt FC Viktoria Köln 1 zu 6. SC Pferl gewinnt gegen SC Freiburg 2 zu 1. Dann um 16 Uhr, 30. SV Sandhausen unterliegt TSV 1860 München 2 zu 5. Und übermorgen um 13 Uhr, 30. Amine Bielefeld gewinnt gegen Jan Regensburg 3 zu 1. Um 16.30 Uhr, SV Waldhof Mannheim gewinnt gegen Halterschaftsee 1 zu 0. Und um 19.30 Uhr, Rot-Weiß Essen unterliegt Preuß München 3 zu 4. So, das war's vom vierten Spieltag mit den Predictions der dritten Fußballliga. Saison 20, 23, 24. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nehme ich das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis denn, gut kickt. Tschau!